Meine Damen und Herren, hier ein uralter, also Alisabeth, echter Tuss-Winzler, der Norbert. Norbert, was ist deine Aufgabe heute hier? Meine Aufgabe ist hier, die Kasse zu füllen, ja. Und es läuft einigermaßen gut? Es läuft einigermaßen gut, ja. Du bist jetzt drei Tage hier an der Kasse? Ich bin drei Tage hier an der Kasse, genau. Du spielst noch ein Haar, oder? Ne, ich bin der Vorstand vom Tuss-Winzler. Vorstand ist auch gut. Ja, und es ist doch gut was los. Ja, klar. Und morgen, Sonntag? Morgen, Sonntag, hoffen wir, dass der Zuspruch genauso ist, ja. Und dass wir das vielleicht fortführen können, das Feste ja zusammen mit Radio Pirmasens. Genau. Ihr habt ja einen neuen Trainer jetzt bei der Fußballabteilung und Christi raus, der war ja schon mal da. Ja, genau. Und ihr habt da viel vor. Zwei Mannschaften? Zwei Mannschaften. Ihr wollt aufsteigen? Aufsteigen wollen wir schon, nur wir setzen uns nicht unter Druck, das muss nicht unbedingt das nächste Jahr sein. Aber die Zielsetzung ist schon so, dass wir eigentlich in die Beziehungsliga wollen. Also zweimal aufsteigen. Und wie läuft es beim Tennis? Beim Tennis ist es ein bisschen schwierig, da fehlt der Nachwuchs. Es ist allgemein schwierig, Tennis. Tennis ist allgemein schwierig, genau. Und Turnen habt ihr auch noch? Turnen, da geht es eigentlich noch. Da ist eigentlich dann so, da ist ab 14, 15 so ein Schluss. Ich war auch früher unten beim Fritz. Fritz, komm, war ich schon, ne? Der Fritz war ja schon 30 Jahre her bei mir, glaube ich. Genau, der Fritz ist ja hier mein Partner, der ist jetzt nur in die nächste Kasse gewachsen. Er ist ein Mann für alle Fälle beim TUS. Ein Mann für alle Fälle und an der Kasse geht es noch ein bisschen mehr rund und dann muss der Fritz zählen. Er ist ja noch viel jünger als ich. Okay, wen möchtest du noch grüßen? Ich grüße alle Freunde und Fans vom TUS Winsel und ich finde es wirklich überragend, dass ich über 100 Leute vom TUS Winsel zur Verfügung gestellt habe für das Fest hier. Das ist schwierig, aber TUS Winsel ist ja auch noch ein großer Verein. Großer Verein, aber dass jetzt alle Zusammenhalte von der Turnen über Tennis, über ganze Jugend, über AHA, das ist schon... So muss es sein. So muss es sein. So muss es weitergehen. Alles klar. Danke, viel Spaß noch. Ciao. Ciao.